Musik Servus Leute, ich bin Suble und das ist die Tür Nummer 4, heute am Dienstag, den 4. Dezember 2012. Ihr seid gespannt, was heute drankommt? Ich auch, also machen wir sie doch einfach mal auf. Hier ist die Tür Nummer 4. Musik Jawohl, da habe ich mich schon länger drauf gefreut. Heute gibt es einen Telefonanruf. Ich habe wieder nur 18 bestimmte Wörter, die jetzt dann später in der Tabelle eingeblendet werden. Und mit diesen 18 Wörtern soll ich ein Telefonat zustande bringen, das insgesamt 1 Minute 30 dauert. Wenn es länger dauert, ist in Ordnung, aber mindestens 1 Minute 30 nur mit 18 Wörtern auskommen. Wir rufen mal irgendwo in der Marktgemeinde Schneidach an und schauen, was dabei rauskommt. Also, auf geht's! Musik 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 Wo Adventsmarkt? Wo? Wo jetzt Adventsmarkt ist? Ja. In Nürnberg? Nein, ähm, Adventsmarkt, ich verstehe nichts. Ja, ich verstehe auch nicht, was Sie möchten. Nein, ich bin Winderdienst Schneemann. Ja? Ja, welcher Adventsmarkt, ähm, wo? Ja? Ja, ja, ja. Also, ich weiß es nicht. In Nürnberg ist ein Adventsmarkt. Ja. Und in Erlangen ist einer. Ja. Und in Schwabach und in Lauf. Ja, 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 ja. Ja, sonst weiß ich jetzt keinen in der Gegend hier. Ähm, welcher Schneemann? Hm? Ich weiß es nicht, welchen Schneemann Sie meinen. Ja. Ja, welcher Schneemann Adventsmarkt? Ja? Ich kann Ihnen leider nicht helfen, weil ich nicht weiß, welchen Schneemann Sie auf welchem Adventsmarkt suchen. Hallo? Lauter. Ja? Ich kann Ihnen nicht sagen, wo Sie einen Schneemann auf welchem Adventsmarkt Sie suchen. Nein. Nein, äh, der, 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 der Schneemann Winterdienst. Ja, 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 ist schon klar, dass Sie der Schneemann Winterdienst sind, das habe ich schon verstanden. Aber, aber was ich damit zu tun habe, kann ich Ihnen auch nicht helfen. Ich weiß es nicht. Ja, Adventsmarkt, äh, welche Schneemann bauen? Ja, es ist doch, äh, äh, ich kann Ihnen da nicht weiterhelfen. Nein, ich, ich verstehe nichts, äh, Adventsmarkt, wo? Ja, ich habe Ihnen doch schon gesagt, in Lauf, in Erlangen, in Nürnberg, da ist überall Adventsmarkt. Hm, ja, ja, ja. Hm, ich, ich, ich höre nichts. Also, ich kann Ihnen nicht weiterhelfen. Ein wirklich lustiges Gespräch, das dort zustande gekommen ist. Ich habe ein paar Versuche gebraucht, aber es war ja keine bestimmte Anzahl genannt, wie viele Telefonate ich maximal führen darf. Ja, wir sehen uns wieder dann am Mittwochabend. Und zwar ist es dann der 5. Dezember. Gegen 19.30 Uhr wird die nächste Tür geöffnet. Dann begrüße ich euch wieder hier im Wald bei Kaltenhof. Macht's gut, bis dahin eine gute Zeit. Servus, euer Uble. Bis zum nächsten Mal.